Musik Heute zeigen wir Ihnen, was es alles braucht, bis Sie die saftige, süssere Ginatrube bequem und erntefrisch aus Ihrem Kotbladen können nach Hause nehmen. In diesen sonnigen Rebgärten im Süden von Italien werden sie gepflegt und, wenn es soweit ist, sorgfältig abgelesen. Trauben für Trauben. Aus Verlesen und Verpacken ist sorgfältige Handarbeit. Gobe stellt strenge Qualitätsvorschriften. Jede Traube wird genau angeschaut, bevor sie verpackt wird. Und zwar verkaufsgerecht. Gerade so, wie die Trauben Ihrem Kotbladen für Sie bereit sind, erntefrisch und gut geschützt. Profitieren Sie vom Angebot in Ihrem Kotbladen. Regina Traube aus dem Süden von Italien. Voll Sonne, Vitamin und Traubenzucker. Und jetzt haben wir noch eine erfreuliche Mitteilung für alle Einwohner von Zürich und Umgebung. Morgen Morgen am 9 Uhr wird ein neues St. Tannenhof eröffnet. Ein neues Einkaufserlebnis auf fünf Etagen. Sie sehen, Gobe sorgt immer wieder für neue, moderne Einkaufsmöglichkeiten. Jetzt gibt es bei Gobe eine Grossaktion von verschiedenen Bohnen, Kaffee und Bisqui. Beachten Sie das Angebot in Ihrem Kotbladen. Und bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Gobe 14 Goldstar Fischsticks für 3,20. Zarpasten, zwei Tauben Beldent Fluor oder eine Tauben Elmex oder eine Tauben Mentadent See für 2,50. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag 5 Kilo Dasch für 14,90 statt 16,90. 1,5 Kilo Superchoral für 6,90 statt 8,90. Und 1 Kilo Express Flüssig für 2,90 statt 3,90. Und hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei Gobe gibt es jetzt modische Herrenhemmle 100% Baumwolle in verschiedenen Farben und Muster für nur 12,90. Auf Wiedersehen bis am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit.